In Deutschland wird das Thema Hunger irgendwie total auf den Kopf gestellt. Während in Ländern des globalen Südens Dürrekatastrophen zur massiven Bedrohung werden, produzieren wir hier viel zu viel und schmeißen Tonne um Tonne in den Müll. Überleg doch mal, wie viel du falsch einkaufst, falsch lagerst und dann am Ende vielleicht wegschmeißen musst? Oder im Restaurant, wenn die Augen mal wieder größer waren als der Magen? Was können wir also dafür tun, um das Ziel Nummer 2 zu erreichen? Wir können zum Beispiel Bauern aus dem globalen Süden unterstützen. Oder hier in der Region, Bauern, die biologisch anbauen. Oder du rettest Lebensmittel, damit sie nicht in der Tonne landen.